Gute Frage. Sehr gute Frage, das ist hier gar nicht mehr. Ich brauche ja eine Hilfe, die Hilfe kommt zu mir. Ich muss mein Motorrad anfordern. Da ist es auch nicht. Dann muss ich es anrufen. Abzumachen schon jetzt. Kann ich ja anrufen. Mechaniker ent. Ah, mein Mechaniker. Ja, ja. Ja, Bucky. Ja. Was schnelles brauche ich. So. Halt, halt. Da war mein Motorrad. Zurück. So. Einsteigen, aufsteigen. Gucken, wie weit er ist. Da ist er schon beigetreten. Wir fahren jetzt zum Mount Chilliard. Da treffen wir uns dann alle. Wer zuerst da oben ist, hat gewonnen. Ah, ich bin schon wieder letzter. Wie immer, ey. Wie immer. Guck mal, die meisten sind schon wieder oben. Wo sind die denn schon wieder? Sind die schon wieder ganz oben? Ah, da sind doch schon wieder welche da oben. Einfach so. Ich komme aus dem Startmenü raus. Und schon sponnt der da, ey. Unglaublich. Eine Abkürzung. Das war eine Abkürzung. Da oben waren Tiere. Warum das denn? Da oben waren wir. Da oben waren wir. Da oben waren wir. Da oben waren wir. Gehts ihr gut? Dann gehts ihr noch gut. Mann, der kann besser fahren als ich. Der benutzt die Luft. Als Gleitmittel. Super. Geschafft. Alle absteigen. So, er weiß schon, was er zu tun hat. Und wir machen mal ein Wheelie. Nee, geht gar nicht. Warte mal. Ein Wheelie hier mit dem Motorrad. Wheelie. Ah, Roman hat gewonnen. Er ist hier nicht in den Wheelie. Eleni war Zweiter. So, gleich könnt ihr klettern, alle. Spaß haben. So, ähm. Er kann ja erstmal ein paar Tiere sparen, dass wir was zu tun haben. Dann kann er das bauen. Was wirst du tun, Weihnachtsbaum? Soll ich eins in die Fresse hauen? Du hast mir in den letzten Jahren keine Geschenke gegeben. Komm her, du Penner. Oh, oh. Gefährlich. Ich komme her. Oh. Die armen Gäste hier. Aua. Ah. Oh. Ich bin tot. Oh, das tat weh. Oh. Oh, schmerzhaft. Oh. Warte mal, ich komme wieder hoch. Oh, guck mal, wen haben wir denn da an? Ein Zombie. Nimm das. Oh. 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 Das war's. Ich komme. Bakura kommt. Die Kamera kommt. Der Kameramann kommt, der immer stirbt. Ich komme, meine Leute. Keine Tiere mehr. Oh, die armen Leute. Oh. Alle tot. Oh. Mieze Kätzchen. Kletter nach oben. Wenn du deine Kraft nicht verlieren willst. Nein. Da ist noch ein Mieze Kätzchen. Irgendwo. Wo bist du? Mieze Kätzchen. Miaux. Ich fühle dich noch ein bisschen streicheln. Niemand hier. Klettern wir erstmal nach oben. Genießen wir die Aussicht. Schau mich um. Ich komme. Miklu, du kommst. Komm zu uns. Oh. Gefährlich. So. Ja. Ja, klettert ruhig nach oben. Oh oh. Ah. 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 Knickbruch. Ah. Hüftebruch. Ah. Nackenbruch. Ah. Zungenbruch. Was. Songbo. Gibt's das? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Es kommt her. Warte. Bakura. Klettern. 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 Ja. Bakura. Bakura, das schaffst du. Du lame Kröcke. Da da da. Ui. Boah, das macht Spaß. Das macht Spaß. Oh, da ist schon wieder jemand gestorben. Runter gefallen. Oh, ist das anstrengend. Bakura. Brech dir nix, bitte. Ist gerade schon mal runtergeflogen. Das war knapp. Bakura sehr sportlich heute. Oh, da ist schon wieder einer runtergefallen. Der tut mir überhaupt gar nicht leid. Oh, Schämmchen ist gestorben. Alles klar. Oh, oh. Oh, Bakura. Oh. Das war, das war geil. Das war schön. Schön gesprungen. Wie hoch ist es denn noch? Wie hoch ist es denn noch? Egal. Wir klettern einfach hoch. Wir kommen schon irgendwo an. Was ist mit dir los, Bakura? Kannst du nicht mehr? Aber ich kann schneller als du. Oh, oh. Oh. Oh, Bakura. Du mal wieder. Oh, Bakura. Jim. Oh, Bakura. Toll. Na toll. Ah. Ah. Kannst den Weg wieder hochklettern. Ein dummer Feder. Geht schon. Jedenfalls haben die ihren Spaß da oben. Ich weiß ja nicht, wie die Aussicht da oben ist. Nebelig. Und regnisch. Rhythmisch. Rettach. Komm auch. Komm her. Bakura, spring nicht wieder runter. Ja, damit musst du mit deinem Leben bezahlen. Naja, du hast unengelte. Das ist auch schön so. Aber macht immer wieder Spaß, wenn du stirbst. Was? Warum bleibst du stehen? Würdest du dich jetzt ärgern darüber? Nicht mit mir. Ich habe immer noch die Kontrolle über dich. Hier. Halt dich in der Hand. Benutze ich auch. Am meisten meinen Daumen. Tja. Der wird gleich merken, dass der dann hier hochkommt. Der Hubschrauber. Na los, Bakura. Gib ein bisschen Gas. Ist auch schon ziemlich hoch. Gangangriff gestartet? Was ist der denn? Nicht gut. Check mal mal ab. Achta, ah, ist er. Ich hab mal ab. Prinz? Entschuldigung. Tschüss. . Kurang. Wie. Wo. Vielen Dank.